UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Und wir haben die tollsten Omas und Opas der ganzen Welt. Du bist doch viel zu alt zum Klettern. Und du bist viel zu jung. Doch eines Tages wurden unsere Großeltern ins Heim gesteckt. Ich will meinen Opa wieder haben. Unsere Großeltern sollen wieder bei uns sein. Und wie? Eines war klar. Das war ein Fall für Quatsch und die Nasenbärbande. Zusammen mit Quatsch werden wir unsere Omas und Opas befreien. Anhalten! Unsere Enkel lassen gerade ihren Hintern, um uns hier rauszuholen. Nasenbären in Bollastorf. Geht nicht mehr. Wo ist der Nasenbär? Der ist so reißig. Wir wollen Erfindungen bauen, um euch hier rauszuholen. An uns hat keiner voran. Wir sind ein Kick und ein Eis. Diesen Herbst kommt das nasenbärigste Kinoabenteuer. Wir sind die Nasenbärbande so. Aus und was da. Quatsch, was sollst du mal? Mit Humboldt-Maschine. Mit Humboldt-Maschine. Demnächst im Kino. Mäli. Mit Humboldt-Maschine. Wie ist das? Ich geh nicht dafür. Nur Zufang ist das. Vielen Dank.